Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht mit Fraps, deswegen ging es nicht gleich an. Wir starten hier gerade mit einem Invite. Und, 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 das war der erste, das war der erste, schade. Nein. Ich kenne meinen Weg. Schade, das wäre jetzt beinahe der erste Kill geworden. Aber das war noch nicht alles. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen. Hm. Eine Frage der Ehre. Ich habe jetzt nicht durchgerechnet, dass sie so creaky rein. Okay, das lief nicht so doll. Wir haben sich erst den Rude verloren. Okay. Der Raid ist nach hinten losgegangen. Schade eigentlich. Das war jetzt nicht nur. Das ist nett. Der Raid ist nach hinten losgegangen. Der Raid ist nach hinten losgegangen. Das war eigentlich so nicht geplant. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Das ist gerade alles stürmisch gewesen, da ich Fraps gerade verkackt habe. Und dann ist mir... Irgendwie ist mir Fraps abgeschmiert. Und dann muss ich ganz schnell alles neu machen. Der Engage hat nicht so gut geklappt. Jetzt, äh... Wir hätten den... Ersten Kill eigentlich locker haben können, aber... Da ist... Da ist... Da ist... So. Ich habe eben mal, dass ich ihn nicht gleich schiebe. So, genau. Ich habe extra... Deswegen habe ich mir... Ihr seht es gerade. Ich habe extra die Arpirouen reingepackt. Ich spiele Pantheon jetzt mal ein bisschen hybrid. Ich habe Pantheon noch nicht bei mir gesehen. Aber normal spiele ich Pantheon auf Adi. Ich werde jetzt ein bisschen hybrid spielen. Ähm... Lass uns vorrücken. Ähm... Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier. Und das ist... Dass ich so viel Leben schon verloren habe. Und keinen Mana mehr habe. Aber was soll ist... Das bleibt ja nichts übrig, ne? So, wir werden jetzt hier... Wir werden jetzt hier... Wir werden jetzt ein bisschen schneller hier. Ich werde auch gleich... Ich habe mir jetzt... Äh... Ein... Aufklärungswort mitgenommen. Mit Stolz. Einfach nur um... Warten zu können, wo die Worts des Feindes stehen. Jetzt haben wir auch endlich Mana. Das ist nice. So... Gut, dass wir zum Blue-Waff gegangen sind. So können wir nämlich... So gut wie erledigt. Wenigstens ein bisschen mehr Schaden raushauen. Und... So... 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 Dann machen wir nämlich... Ähm... Top... Pusht grad mega. Heute ist Viktor gegen Viktor. Aber er kommt zwar drauf an, wer der bessere Viktor ist. So... Klar. Kann ich nicht drunter sein so weit... Dann müsste ich da halt reinspringen... Dann hat das nicht richtig... Auf der Stelle. Also machen wir sowieso aber... Äh... Da pusht klar, der Hände weg sogar schon hart, aber das sieht noch gut aus. Auf der... Bot haben wir natürlich jetzt das Problem, dass... ein leichtes ungleich beim pandemian kann ich bis level 6 eh nicht viel machen das werde ich bis level 6 farben und das war der erste oh mein gott das war jetzt uncool ich muss auch backgehen mit pandemian, das wird so nichts mehr da ist victor gegen victor, das sieht noch ganz okay aus unten ist fast full life, da kann ich aber jetzt auch nichts machen ich gehe mit pantheon auf die seelen des ältesten obwohl mordekaisers da, wir haben gar kein tank und da ist der nächste gestorben und er hat auch nicht mal seine passive raus, das heißt es wird auch gar nichts, wenn ich dagegen gehe da brauche ich gar nicht aus ganken kann ich maximale den punkt verteidigen was ich auch tun werde wo ich sogar glaube dass der gleich tower geifen wird mit dem lebenden hart so ein bisschen farm so und ja, viel lastes habe ich jetzt nicht bekommen, das war vielleicht mega effekt nicht so gut ich würde auch nicht so aggressiv losgehen, ich würde mich echt wieder wegnehmen schau mal, hier ist ein bot drin, genau, hab ich mir schon gedacht irgendwie so, hätte man den zerstört 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 ja, das war wirklich mega uncool von ihm ich habe auch keinen Ignite dabei, das heißt es könnte knapp werden da habe ich den jump racer losgeracert 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 ich gehe wieder vorm ich kenne meinen weg stop feed please ja, wenn man so aggressiv rein rennt, dann ist es klar, dass der ok ist so, mein blue buff sollte eigentlich, nein, mein red buff sollte ich gleich wieder sagen das ist alles ein bisschen schief gelaufen vor allem beim invite deswegen muss ich zuerst den red buff hier auf der mittlere ende ist alles noch ok sieht super gut für uns aus so, mein red buff machen auf was ich da bei ich drauf gehe, das sieht nämlich gerade so aus oh mein gott oh mein gott nicht sterben jetzt, nicht sterben ein gegner verfällt im blutreich ok da, die bots, da auf der bot muss ich, wenn wir gleich ganken mit stolz ohne herz, ich spiele defensiv danke ich gleich mal dafür nicht jeder ist so frei und ja, hier ist auch wenn man sowas sagt ähm wie das aussieht werde ich dann doch mal auf ad gehen sonst drücke ich hier, sonst haben wir hier überhaupt keinen schaden ich kenne meinen weg es ist mega am nachteil, das heißt der wird auf jeden fall kein schaden mehr drücken morgana spielt recht, äh, spielt recht safe please don't feed, er hat zurecht damit ist grad ordentlich was los, aber das wird mir nichts bringen es ist so so Jo, komm, wo, 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 wo wo, 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 wo auf der Stelle das ist, auf der mittleren ordentlich was Sie werden Krieg kennenlernen. Und hier kommt schon. Dann lass ihn erst bei deinem Turm vorbei liegen. Da ist jetzt, ähm, Top Tower einer dran. Ich muss auf jeden Fall mal den Atrox jetzt holen. Das ist nämlich sonst... Ach, da kommt eh keiner wieder mit. So. Nice. So. Sehr schön gemacht. Ich hab mir keine Ahnung, wie es gemacht hat, aber es ist nicht sehr schön gemacht. Jetzt kommt nicht mal hier hoch. Morde Kaiser. Oh, hier, hier, hier. Oh mein Gott. Morde Kaiser, Morde Kaiser, Morde Kaiser. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Passive. Und jetzt sinkt er auch wieder. Komm schon, bitte. Komm schon, bitte. Go, 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 baby. Komm schon, das schaffst du's. Baby, 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 baby. Die kann echt nicht sein. er hat sie nicht mehr bekommen wäre ich nicht zurückgegangen hätte noch einen schlag drauf gemacht hätte er gekriegt so jetzt hier hallo eine frage der ehre lasst uns vorrücken ok hier ist die Ja, 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 ja. Was ist das? Ich habe einen Gegner getötet. Nice. Provozier mich nicht. Ich brauche mal ganz kurz. Geh mal nicht nach hinten. Sie werden es nicht genießen. So. Habe ich mein Schild. Ich hasse dieses Swag. So. Jetzt haben wir Schuhe. Jetzt brauchen wir noch ionische Stiefel. Mein Speer ist das bloß. Mein Geber wird zum Baserker. So, wir sind gefahren. Und noch den Dingsack. Ich habe zwar jetzt die Ulti nicht mehr, aber das ist ja eigentlich so. Hauptsache, ich habe den Teamfight. Wo, 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 wo. Oh, der Schafler. Der Schafler. Eine Frage der Ehre. Gut Game. So. Okay. Jetzt war ich fürs Wurzeln. Ich habe jetzt überlegt, was ich mache. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und jetzt die Golem brauchen. Dragan kann ich mit Level 8 grad nicht machen. Das ist noch zu früh. Ich kann Max in der Ping, dass wir den Dragan machen. Der Schafler ist besiegelt. Oh, Drake. Gottlin. Drake. Mit Stolz. So. So. Your record ist eins monstre. Sieg dir das allerdings. Die Soldaten ist gut26. Die Richtung ist gut alleine. Erste infectionsido. Ich geb'sين die Angst. In diesem Ohr. Meer Rahmen gibt. Ich bin jetzt hier mehr oder weniger gefangen. Ich hab nochmal was raus. Das war's, da konnte ich nicht rauskommen. Das war's, da konnte ich nicht rauskommen. Ah, doch. Du kriegst ihn zu süßig, oder? Das war's, oder? Ja, den haben wir noch. Kau, kommen wir weg, kommen wir weg. Ja, der Teleport war mega dämlich. Das war's, was wir machen können jetzt noch. Okay, gut, das ist da nichts mehr geworden. Der Gegner verfällt in Blutrausch. Ups, das war ein Schwer zu viel. Ähm, glaub ich mir noch die Schuhe, wenn ich einmal dabei bin. Und jetzt hier, klauen, klauen, klauen. So, nice. Tower verteidigt, das sieht ganz gut aus. Äh, gut sieht das nicht aus, aber... Für die Situation entsprechen saß er, als ich fühle mich. Ich kann hier nochmal den Golem töten, wenn ich mal die Gold kriege. Ich hab's noch nie probiert. Ich hab's noch nie probiert. Ich hab's einfach machen. Ich würde euch ja mal Pantheon zeigen können. Einfach mal so Spaß irgendwie machen. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Keine Profi-Displays hier. Verfass. Ich glaube kein Profi hat meinen. Doch, doch, ich glaub ein Platin. Doch, ein Platin-Spieler hat meinen Kanal. Hallo, lieber Platin-Spieler. Ich hoffe, die V3 wird's nicht. So ein bisschen. Da ist gerade ein... Gehen. Die werden es nicht genießen. Und die Morgana verfolgt ihnen nicht allzu sehr, denn ich würde gerne woanders hingehen. Da, da zurück. Sie werden Krieg hinterher. Wir wissen nicht. Oh, das war jetzt nicht so toll. Aber mega uncool. Das war so klar. Aber. Aber. 1 zu 1. Und, es geht weiter. Die Karm springt rein. Die Karm springt rein. Da war der Turm zerstört. Okay, jetzt noch knapp. Ich bin aus den 15 Sekunden wieder da. Aber ich mach... Oh mein Gott, also ich muss nicht durch. Aber ich muss nicht durch. Eine Frage der Ehre. Und... Schicksal ist passiert. So ist jetzt. Alles drauf. Das kann ich sein. Kommst du jetzt. Okay, dann aber. Der Stoff. Der Stoff. Der Stoff. Der Stoff. Nein. Super. Ich dachte schon jetzt. Das läuft so. 13,21. Ja, okay. Ihr könnt besser laufen. Da hat Israel es gerade noch so weggeschickt. Morgana läuft nachher. Das ist ziemlich uncool. Auch der Mordekasse sollte sich zurückziehen. Mein Schmierer ist rastlos. Ich bin nämlich nicht so rechtzeitig da. Ulti habe ich auch nicht momentan. Ich kenne meinen Weg. Ich werde so auf dem Fehler so das geht. Das ist offen. So gut wie erledigt. Okay. Gehe ich jetzt in Red Buff. Okay. Das ist jetzt nicht so tolle. Da kommt die Doppeltöte. Ich dachte uns war es besser. Okay 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 okay. Ich mache es besser. Komm schon. Dürft 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 Dürft. Ja ich habe noch Verlogen. Nice. Wunderschön. Da würde ich jetzt echt weggehen. Das ist echt's. Oh, los. Go, 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 go. Nervig. Das soll ich nicht haben. ich ziehe mich da mal zurück, ich habe mir ein bisschen Geld gemacht. Da kommt auch Hacker rum, also jetzt ist das langsam knapp. Moment, der war doch gerade im Moment, da muss ich noch was gucken. Und zwar war hier doch gerade ein Ward drin. Nee, der hat einfach nur so reingeschossen, wie es aussieht. Hier ist auch keiner. Sie werden Krieg kennenlernen. So, wollen wir hier rollen. Ich glaube, ich kriege den jetzt so mit dem Leben, den ich jetzt habe. Morgana, ich kann dir Hilfe bekommen. Morgana. Danke. Nice. Sie haben es nicht genießen. Bye. 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 Vielen Dank.